Die Leitung der Firma liegt ausschließlich bei mir. Wenn ein neuer Auftrag herangeholt wird, muss ich es zuerst wissen. Ich mache die Verträge, ich mache die Gespräche. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du in Jugoslawien gewesen bist. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich mir meine Rechte als Führmannschef nicht beschneiden lassen will. Ich glaube, es hat keinen Sinn, dass wir weiterreden. Wenn du nicht akzeptieren kannst, was ich hier in die Firma einbringe, dann bin ich ab erstens wieder bei Blum und Voss. Guten Tag. Vielen Dank.